In dieser Woche sehen wir uns den Diät- und Trainingsplan von Ariana Grande an. Die in Boca Raton, Florida geborene Ariana Grande begann schon als Kind damit aufzutreten. Im Alter von 13 Jahren zog Ariana Grande nach Los Angeles, um ihren Traum zu verwirklichen, ein R'n'B-Album aufzunehmen. Die Chefs der Plattenfirmen nahmen sie jedoch nicht ernst, da sie sie für zu jung hielten. Ariana Grande's großer Durchbruch kam dann 2009, als sie in der Nickelodeon-Sitcom Victorious mitspielte, in der sie die Cat Valentine darstellte. Elizabeth Gillies, eine bekannte Schauspielerin, war ebenfalls Teil der beeindruckenden Star-Besetzung dieser Sitcom. Sie hat mehrere Platin-Alben veröffentlicht, wurde für mehrere Grammy Awards nominiert und hat drei American Music Awards gewonnen, unter anderem als Künstlerin des Jahres 2016. Nach einem Terroranschlag auf eines ihrer Konzerte in England unterbrach Grande ihre Tournee und veranstaltete ein Benefizkonzert mit Freunden und Superstars wie Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber und Chris Martin, für das sie 14.000 Freikarten für die Opfer des Anschlags zur Verfügung stellte. Außerdem ist sie Mitbegründerin der Wohltätigkeitsorganisation Kids Who Care in Südflorida. Aber wie sieht es mit ihren Bewegungs- und Essgewohnheiten aus? Wie schafft sie es, wie ein Superstar auszusehen und gleichzeitig alles in ihrem Leben unter einen Hut zu bringen? Früher aß Grande zum Frühstück zuckerhaltiges Müsli und Pfannkuchen. Heute ernährt sie sich makrobiotisch und vegan. Veganer verzehren keine tierischen Nebenprodukte, auch keine Milchprodukte. Und eine makrobiotische Ernährung besteht hauptsächlich aus Obst und Gemüse. Sushi ist eines von Grandes japanischen Lieblingsgerichten. Sie ist außerdem hypoglykämisch. Das heißt, wenn sie nicht genügend Proteine und Fette zu sich nimmt, dann sinkt ihr Blutzuckerspiegel schnell ab. Nüsse, Samen, Avocados und Olivenöl sind allesamt gute Quellen für pflanzliche Fette. Kürbiskerne sowie kombinierte Lebensmittel wie Bohnen und Reis liefern vollständige vegane Proteine. Ich denke, ich könnte ein Bibelproblem haben. Na, es ist ziemlich gut. Nicht es kümmern! Mein Bibel. Harley Pastanak, Grandes persönlicher Trainer, sagt, dass es bei der Fitnessroutine des Popstars vor allem um Ausgewogenheit geht. Grunde behauptet, dass der Verzicht auf alle tierischen Produkte und verarbeiteten Lebensmittel zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Gesundheit geführt hat. Sie behauptet auch, dass dadurch ihr Arbeitsleben viel leichter zu bewältigen ist. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, ist sie kein leichtfertiger Mensch. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr wie Ariana Grande in Form kommen könnt. Hier ist ein Blick auf Grandes gesamte Workout- und Ernährungsroutine. Workout-Prinzipien Die Workouts von Ariana Grande sind nicht besonders anstrengend. Ihre Workouts beinhalten kein schweres Heben oder hochintensives Intervalltraining. Ihre einfache Workout-Routine ist offensichtlich effektiv, denn sie schafft es immer, in Topform zu bleiben. Grunde behauptet, dass ihr Geheimnis, fit zu bleiben, einfach darin besteht, den ganzen Tag über aktiv zu bleiben. Sie geht im Durchschnitt 12.000 bis 14.000 Schritte pro Tag. Kommen wir nun zu Ariana Grandes Workout-Plan und Routine. Steht mit euren Füßen schulterbreit auseinander und macht einen umgekehrten Ausfallschritt, indem ihr einen Fuß zurücktretet und euer Knie senkt, bevor ihr in die Ausgangsposition zurückkehrt. Wechselt die Beine für fünf Sätze mit jeweils 30 Wiederholungen oder macht so viel, wie ihr könnt. Gehender Ausfallschritt Während ihr vorwärts geht, drückt euer Knie tief in den Boden. Macht fünf Sätze mit 30 Wiederholungen. Skater-Lunges Verlagert euer Gewicht von einer Seite auf die andere und lasst dabei euer Knie zum Boden sinken. Macht fünf Sätze mit 30 Wiederholungen. Pike Plank Hebt die Hüfte und spannt eure Bauchmuskeln an, als ob ihr eure Füße aus der Plank-Position heraus kontrollieren würdet. 30 Wiederholungen, fünf Sätze oder das, was ihr drauf habt. Hebt Brust und Oberschenkel vom Boden ab, während ihr mit dem Gesicht nach unten auf der Matte liegt und Arme und Beine ausstreckt. Kehrt in eure Ausgangsposition zurück. Führt die Bewegung in einem angemessenen Tempo aus, als ob ihr eine Tür schließen oder jemandem zuwinken würdet. Macht fünf Sätze mit 30 Wiederholungen. Gesäßbrücke Legt euch flach auf den Rücken, beugt die Knie, stellt die Füße hüftbreit auseinander und führt die Arme in einem tiefen V neben die Hüften. Versucht dabei, eine diagonale Linie von den Schultern zu den Knien zu bilden, indem ihr eure Fersen durchdrückt, um Hüfte und Gesäß zu heben. Hebt die Zehen an, um sicherzustellen, dass ihr die Gesäßmuskeln aktiviert und nicht nur die Zehen. Nach einer kurzen Pause lasst ihr euch langsam wieder auf den Boden sinken. Macht in zwei Minuten so viele Übungen wie möglich. Das ist eine weitere hervorragende Dehnung gegen das Sitzen. Geht mindestens 12.000 Schritte jeden Tag. Oh, ich prefer Granzer. Die Bodyweight-Routine. Montag, Dienstag und Mittwoch. Ariana Grande führt diese Bodyweight-Routine an drei Tagen pro Woche durch, wobei sie insgesamt sechs verschiedene Übungen ausführt. Ausdauertraining. 20 bis 30 Minuten abwechslungsreiches Ausdauertraining. Laufband, Ellipsentrainer und Fahrrad. Workout. Drei Durchgänge. 30 bis 90 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Bewegungen und eine Pause zwischen den einzelnen Durchgängen. Ausfallschritte. 60 Wiederholungen. Zweiter Spießroutenlauf. 60 Sekunden. Umgekehrte Ausfallschritte. 60 Wiederholungen. Gesäßbrücken. 60 Wiederholungen. Skater Lunges. 60 Wiederholungen. Pike Planks. 60 Sekunden. Tägliche Aktivitätsoptionen an mehr als drei Tagen. Ariana Grande geht an drei Tagen pro Woche einer täglichen Aktivität nach, zu der Wandern, abwechslungsreiches Cardio, 30 bis 60 Minuten, aktiver Sport für mindestens 60 Minuten und Tanzunterricht oder Aufführungen gehören können. Ariana Grandes Ernährung. Der Superstar mag japanische Lebensmittel wie Sushi. Sie ist ein großer Fan von japanisch inspirierten Produkten wie Azuki-Bohnen und Daikon. Außerdem neigt sie zu Hypoglykämie. Das heißt, ihr Blutzuckerspiegel kann schnell abfallen, wenn sie nicht genügend Eiweiß und Fett zu sich nimmt. Gesunde pflanzliche Fette stammen aus Nüssen, Samen, Avocados und Olivenöl. Vollständige vegane Proteine finden sich zum Beispiel in Kürbiskernen und in der Kombination von Lebensmitteln wie Bohnen und Reis. Grandes ist ein großer Fan von japanisch inspirierten Produkten wie Azuki-Bohnen und Daikon. Einer ihrer Lieblingssnacks ist die Drachenfrucht. Grandes sagt, dass ihr die vegane Ernährung bei ihrer Hypoglykämie geholfen hat. Auch wenn es kontraintuitiv klingt, kann eine fleischreiche Ernährung die Blutzuckertoleranz beeinträchtigen. Zum Frühstück isst Grandes oft Haferflocken, aber auch Smoothies mit Erdbeeren, Bananen, Blaubeeren, Birnen und Mandelmilch gehören zu ihren Favoriten. Wenn ihr euch für den täglichen Speiseplan von Ariana Grandes interessiert, dann findet ihr hier eine kurze Zusammenfassung. Frühstück, Smoothie, Saft, Nüsse, eine Tasse Kaffee, Mittagessen, Sushi, Azuki-Bohnen. Arianas Trainings- und Ernährungsroutine ist eindeutig nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wenn du mehrere Jahre lang mit zusammengesetzten Übungen trainierst und auf deine Ernährung achtest, hast du den halben Weg zu einem durchtrainierten Körper schon zurückgelegt. Glaubt ihr also, dass ihr das Zeug dazu habt, in Form zu kommen und den Körper eines Superstars zu meistern? Wenn ihr einen speziellen Wunsch für ein von Prominenten inspiriertes Workout habt, hinterlasst uns bitte einen Kommentar in den Kommentaren unten. Und wie immer gilt, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge angesehen habt. Wenn ihr sehen wollt, wie Prominente in Form kommen, dann solltet ihr dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren.